Liebe Zuschauer, liebe Internet-User, jetzt gibt es erstmalig beim Seereisenmagazin TV ein Gewinnspiel für Sie. Hinter uns liegt das Schiff, das Sie eben schon in einem der Beiträge kennengelernt haben. Gerade eben stand ich nochmal mit dem Kapitän der MS Sanssouci zusammen und habe ihn gefragt, wonach er eigentlich den Namen des Schiffes gewählt hat, obwohl er ja meistens nicht in französischen Gewässern unterwegs ist. Hier die Frage für das Gewinnspiel auf Seereisenmagazin TV. Wurde die MS Sanssouci benannt nach einem Schloss in München oder wurde sie benannt nach einem Schloss in Potsdam? Und das können Sie gewinnen. Zur Premiere des Gewinnspiels bei Seereisenmagazin TV erleben Sie als der mögliche Gewinner einzigartigen Kreuzfahrtluxus an Bord der Premium Queen. Dieses Premium Schiff darf wohl zu Recht als eins der, wenn nicht gar als das Beste auf allen weltweiten Flüssen bezeichnet werden, denn die Premicon Queen setzt neue Maßstäbe hinsichtlich des Platzangebotes je Gast, bezüglich der großen Anzahl an verwöhnenden Crewmitgliedern und in einer fast endlosen Vielfalt an Gourmetfreuden auf höchstem Niveau. Bei dieser sechstägigen Flusskreuzfahrt Köln-Amsterdam-Köln genießt der Gewinner fünf Übernachtungen in einer 18 Quadratmeter großen Junior Suite. Viele Wahlmöglichkeiten beinhaltet auch die Vollpension an Bord. Ebenso bereits inkludiert sind Annehmlichkeiten wie Laptopverleih, die Nutzung von Sauna, Whirlpool und Fitness, jeweils mit Ausblick auf die Flusszenerien sowie unterhaltsames Entertainment. Ebenso bereits inkludiert sind Annehmlichkeiten. Ebenso bereits inkludiert sind Annehmlichkeiten.